Das Hinterland, so neun Brüder, brauchen Hilfe. Reist zum Nistgipfel im Hinterland und sprecht mit Greifermeister Krallenachst. Okay, das ist ganz oben. Mach ich mich mal auf den Weg. Den Berg hier hoch. Da ist auch schon der nächste Flugpunkt. Und rein in den Hort. Greifermeister Krallenachst. Heldenaufruf, das Hinterland. Ja. Schon wieder 6000 Erfahrungen. Klingenschnabels, Freunde. Okay. Greifen mit Greifen Fütter versorgen. Und die Reutigen Silbermähen auslöschen. Nein, ein paar töten. Dann kümmern wir uns mal um Reutige Bedrohung und Klingenschnabelfreunde. Können wir nämlich gleich füttern? Okay. So, dann müssen wir die mal finden. Da ist schon mal ne Silbermähne. Und ne zweite Silbermähne. Dann schreiten wir gleich zu der noch hin. Den können wir füttern. Ich hab immer noch nicht Hotkeys verlegt. Da war ich bisher zu faul zu. Muss ich mal endlich machen. Fünf von acht. Sechs von acht. Oh, Musik ändert sich. Ausgebildeter Klingenschnabel. Ja, da müssen wir jetzt noch ein paar von finden. Ob das Mammut da mehr Erfolg hat. Neun Gold haben wir schon eingesammelt. Da ist einer. Ein kleiner Klingenschnabel. Ah, da greift schon wieder ein Wolf an. Moment. Den richten wir gleich mal hin. Wo seid ihr denn, ihr Klingenschnabel? Ihr habt doch Hunger. Da ist einer. Aber den hatte ich doch gerade gefüttert. Der nochmal Hunger hat. Ja. Da fehlt noch einer. Ich weiß, ich bin nochmal ganz hier hinten in die Ecke. Da ist bestimmt einer. Da ist einer. Und da. Nehmen wir den. Schmeißen wir dem, was wir futtern, zu. Dann können wir schon wieder abgeben. Okay. Das hilft uns sehr. Das ist zwar schön. 10.000 gibt das jetzt schon. Sturmfeder Außenposten. Bleib auf dem Boden. Auf zur Front. Oh, das ist aber weit weg. Langer Fußmarsch. Gab es da zwischen nicht auch noch ein Camp irgendwann mal? Hier? Klauen-Axt. Na ja, nicht besonders hübsch. Hier bisher keine Quests begegnen und weitere. Es gab doch hier bei den Trollen noch ganz viele irgendwie. Von die alle entfernt, habe ich irgendwas verpasst. Wahrscheinlich habe ich irgendwas ausgelassen. Hätte ich mal hier quer durch. Wo ist schon so eine Eulenbestie hinter mir her? Wo ist das? Wo ist die집? Wo ist ihr? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist der hat? Wo ist dieниelle Halt. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Was ein Weg, aber dass es da keinen Flug hingibt, wo die so viel Greifen haben Oh, an diese Schleimviecher kann ich mich noch erinnern Irgendwas droppte da. Ich weiß gar nicht, ob das ein Alchemie-Rezept war Sind Drachen hier eigentlich noch? Juhu, wir haben es geschafft! Da ist der Greifenmeister Den Punkt haben wir erreicht Oh, das gibt viele Quests. Auf zur Front, ja. Schön euch hier draußen zu sehen Na gut Oh, es ist geleckt. Stufe 30 Maraudon Aber erstmal die bösen Bruchauer. Pyrscher Verhexer Schnappkieferbursche Schnappkiefern, okay, gibt eine Angel, cool Flaschenwein Was nehmen wir denn? Schockwelle? Doppelt Held besser Schockwelle ist schon cool So ein Sturmblitz Ich nehme Schockwelle Noch mehr Buttons Ja, gehen wir noch der Reihe nach vor Erstmal vier Bruchauer töten, Gandra töten Und dann gehen wir hier runter zum Strand Da sind sie doch schon Drei von zehn Drei von zehn Ich bin nicht Ich bin nicht Ich bin nicht Ah, drinnen ist da irgendwas Das ist zu weit entfernt Aber ich bin nicht zähl Argandra ist da Da muss ich irgendwie da runterkommen. Da geht ein Weg runter. Oh, was bist du denn für einer? Ich bin außer Reifer. 4.000 AP. Na gut. Da sind die Klippen, da will ich noch nicht runter. Ich gehe lieber den Weg. So, da gibt es den Portwein oder Rauch. Ich schnappe Kiefer. Ich reite dich doch da rüber. Da ist schon eine. 1. Oh Gott. Das ist zu weit entfernt. Das hier nicht viel aushalten. Ich kann die auch nicht so einsammeln. 3 von 8. 4 von 8. Was ist da denn? Oh. Oh. Und hier ist eine Quest. Okay, die brauche ich nicht. Na gut, dann reiten wir rüber und gucken, ob da Wein liegt. Hier ist nochmal eine Schildkröte. Wein habe ich bisher noch nicht gefunden. 5 von 8. Da. Da liegt was. Eine Pulle Wein. 1. 2. 6 von 8. Ich muss näher ran. 6 von 8. 5. 6 von 8. 6 von 8. 6 von 8. 6 von 8. Ich glaube das ist eine Quest, die haben sie vergessen zu updaten Auf das andere Sammelquests war bisher so, dass jeder einen hatte Hier muss man schon deutlich mehr hauen So, Hälfte der Flaschen Mein Magen Ja, kann ich eigentlich zurückreißen? Zusehen Wenn ich noch irgendwo so Flaschen finde Bei dem Magen kriege ich von hin Flusseligen Flaschen muss man erstmal hinkriegen Fünf Stück noch Ich muss näher ran Da ist einer Ja Da muss ich tatsächlich da hinten noch mal gucken. Zwei Flaschen noch. Schauen wir mal, ob es da hinten noch welche gibt. Da ist schon mal eine. Magen abgeschlossen, jetzt fehlt uns noch eine Flasche hier nach. Da ist er. Super. Können wir alle vier abgeben im Außenposten. Erstmal wieder hochreiten. Zurück zum Außenposten. Wo war das gar nicht? Hier ist hoch. Was ist denn hier der Aufgang? Da hinten? Stimmt, es ging ganz lang runter. Muss hier gewesen sein. Ja. Schnappgiefer-Bursche. Gandranda. Die bösen Bruchhauer. Und 99 Flaschen Wein am Strand. Gut, dass ich nicht die 99 Flaschen aufsammeln musste. Da wäre man Tage beschäftigt. Noch auf dem richtigen Weg. Das sollte schon wieder ein Level geben. Dann bin ich schon 31. Und bei den beiden die Quests abgeben. Schön, euch zu sehen. Gandranda, ja. Okay. Bruchhauer. Nette Vorführung. Dann holen wir uns mal die nächsten Quests. Ja, die gute Schlamme. Und? Mögen eure Reisen sicher sein. Was geht euch durch den Kopf? Flaschen Wein. Zwölf sollten reichen. Auf jeden Fall. Schnappgiefer. Habt ihr die Mägen? Ja. Schafft Terrorklumpenprobe. Ach, es ist gleich um die Ecke. Zum Glück. Es ist noch nicht so weit reisen. Die Schuhe sind deutlich besser. Die ziehen wir gleich mal an. Schöne Angel. Das ist auch schon der erste Schlamm. Einer von 10. Was brauchen wir denn hier alles? Ich glaube, da muss ich irgendwo rein. Da hinten. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Ich bin zu. Errotter Schädel. Ja, da muss man rein. Das sind die Vorräte. Und Schleimbeutel. Das ist zu weit. Wer will da in Hose? Eins von fünf. Zwei von fünf. Ach, da ist Terrorklumpen. Ich fordere mich auf, das lieber umbringen. Mit einem Hinrichten. Drei von fünf. Wollte ich nicht. Vier von fünf. Und fünf von fünf. Und fünf. Da hinten wir die anderen beiden Schlamme. So, schon alle drei fertig. Können wir wieder raus aus der Höhle. Und die Quest abgeben. So, schon alle drei. Lauerfels Vorräte, habt die Kisten, jawoll! Jinta Aloa im Hinterland Man sieht sich! Hallo? Man sieht sich! Passt schon wieder ein Level ab? Ne, da nehme ich lieber ein Crit mit. Da müssen wir jetzt hin, okay. Toran Stahl schwingen. Erstmal nieder mit dem Blutfratzen. Trolle töten mache ich gern. Exendor, Toran Kopf, Prämia auch noch. Seid auf der Hut! Was geht euch durch den Kopf? Wacker Donnermantel, Gesichter des Bösen. Tiki-Masken anzünden und Spinnen töten. Seid auf der Hut! Dann war alles eingesammelt. Ist auch noch alles um die Ecke. Praktisch. Da um die Ecke ist schon einer. Was seid ihr hier für welche? Behüter? Ah, nö. Ich glaube, da bin ich falsch. Ah, hier ist ne Maske. Oh, Magiestoff gibt's jetzt schon. Jetzt sind wir die Mahnen. Da drüben ist noch eine. Jetzt nehmen wir die Kriegerin mit rüber. So, zwei Masken haben wir schon angezündet. Den Kopf brauchen wir noch von dem. Hier ist noch ne Maske. Ach, die soll ich einsammeln? Ah! Zwei von acht. Vier von acht. Fünf. Fünf. Reise ich nochmal weiter hoch? Oh, jede Menge Gegner sind hier. Die sammeln wir mal alle ein. Dann fehlt uns auch nur noch eine Spinne. Boah, tausende hauen wir jetzt schon raus. Maske anzünden. Spinne einsammeln. Ah, ist keine Maske. Ich muss näher. Das ist zu weit entfernt. Ein Jade? Lass mir nur Masken verbrennen. Irgendwie an diesen Kopf kommen. Da unten. War doch da unten. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Und zweiten Teufel Maraudon haben wir jetzt auch schon freigeschaltet. So, dann fehlt noch eine Maske. Zwei Masken. Da ist der schon mal der Gegner. Gut. Können wir uns den Kopf holen. Hier runterhüpfen, oder? Ich brauche erst noch die Maske. Aber wir müssen mal für Suche gehen, wo die Masken noch rumhängen. Wo sie noch welche rumzuhängen haben. Vielleicht hier oben? Da. So, dann müssen wir uns abgeben. Pff, hier runter. Und vier Sachen abzugeben. Blutfratzen. Blutfratzen. Vom Schaum. Tod dem Blutfratzen. Nochmal zu. Ja, Serka-Töken. Hier haben wir nochmal die Kopfprämie. Ongolo. Ne, Ongolongo gereizt. Okay. Alles krabbelt. Gesichter des Bösen. Ja, was müssen wir tun? Wir müssen da wieder rein. Berserker töten. Und Ongolongos Rache. Jetzt sind wir wohl weiter hoch. Wollen wir noch was besseres gefunden? Hier Stärke gegen... Zwei Crit. Ne, zwei Stärke gegen zwei Crit. Ne, wollte ich lieber Crit. Da ist n... Ach, die müssen wir einsammeln. Zu wissen. Schon wieder einen geedit. Aber da reite ich jetzt einfach mal weiter. Ich suche jetzt erstmal diese Gefäße. Da ist eins. Geh mal die beiden mit. Gibt's doch nicht. Wie hat folgt der uns denn? Zwei von fünf? Ja, Berserker, der Blutfrazen habe ich noch nicht gesehen. Wahrscheinlich sind sie weiter oben. Hier. Dann reite ich hier gleich mal lang und sammle die ein. So, jetzt können wir hier fröhlich... Gefäße einsammeln. Gefäße einsammeln. Noch einen Berserker, dann haben wir die voll. Da brauche ich noch zwei Zauberer und diesen Ongolongo-Dings da. Die muss ich noch reizen. Ja. Da muss ich noch mal finden. Hier haben wir einen Zauberer. Außer Reichweite. Moment, da ist ein Zauberer. Da kann man rüberhüpfen. Und jetzt kann ich zu Ongolongo reiten. Wenn's denn hier überhaupt dahin geht. Ja, da geht's noch hoch. Da muss ich tatsächlich zurück, weil der Zauberer nicht ankommt. Oh, hat sich gelohnt. Das war so richtig. Das gibt's doch nicht. So, Ongolongo. Komm ich zu dir hin. Oh, die Trolle Nerven. Grüne Eisenschultern. Zieh wenigstens hoch, ja. So, Ongolongo. Ich hoffe, du bist jetzt irgendwo. Ja. Das sind schon zu viele Speere. Guten Tag. Das war's schon. Ach, Ongolongo geht nach Hause, na dann. Wo geht's runter? Hier? Kann ich hier hüpfen? Ja. Eins. An den nächsten runterhüpfen. Ach, Leute. Dann richten wir die halt auch noch hin. Und geben die drei Quests ab. Das ist dann schon 33. Was kann ich für euch tun? Ongolongos Rache. Was für ein Spaß. Ja. 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 Tod dem Blutfratzen. Und seid Bluttrinkertöten. Zum Schicksagsgipfel. Dunkle Gefäße. Folgt mit euch. Was für Anforderungen. Achso, die habe ich schon angenommen. Oder weswegen? Jetzt muss ich da wieder ganz hoch reisen. Oh, das kann auch nicht dein Ernst sein. Echt jetzt? Na gut. Dann reit dich mal hoch. Oh, die sind doch irgendwo Leitern. Ich gehe erst da schneller. War ich nicht irgendwo in Leitern? Moment. Da oben ist erst eine. Hier sind Treppen. Keine Leitern. Ja, komm. Lass mich wieder absetzen. Abgehauen. So, wie oben muss ich? Da sind Treppen. Zu der Treppe da hinten muss ich? Boah, es ist nervig hier rumzureiten. Da müssen wir mal von einem Ende zum anderen. Wahrscheinlich lässt er mich gleich wieder absitzen. Zum Glück nicht. Gut. Da noch hoch? Glaube. Ah, hier sind sie schon. Du Trinker. Versammeln wir die doch mal. Drei und ein. Haben wir schon getötet. Da hinten sind die Spinnen. Da ist nochmal ein Seelenfresser. Da ist noch ein Seelenfresser. So, vier von fünf. Da ging es doch irgendwo hoch hier. Da hinten sollen die Spinnen sein. Da ist ein Schattenjäger. Der stellt uns nicht weiter. Hier muss ich hin. Aber wo sind die Spinnen? Ah, ich muss die einfach nur einsammeln. Da sind schon viele Fusseln, die hier rumliegen. Wurde bereits bescholen. Okay. Muss ich jetzt irgendwie wieder zurück? Vielleicht da hinten lang? Ah, da sind schon wieder Blutfratzen. Seelenfresserin ist auch noch dabei. Also noch ein Seelenfresser. Trinker da ist er schon. So, beide Quests abgeben. Dann hoffe ich einfach mal, dass ich hier nicht wieder hochrennen muss. Hätte ich jetzt nicht irgendwie Lust drauf. Trommeln sind cool. So, runter ging es schneller. Da muss man nicht immer zickzack laufen. Oh, eine Halskette. Aber sagen wir mal den Talisman. Das lohnt nicht. Stimmt, ich muss die nochmal aufwerten. Wenn die bis 110 gehen. Stimmt ja, das geht ja jetzt. Das gehört jetzt uns. Stahlspielanhänger. Und wir haben Spinnengötzen gefunden. Jagd die Bewahrerin. Ja. Seid auf der Luft. Ich muss jetzt da ernsthaft nochmal hoch. Oh man. Wer hat sich das denn ausgedacht? Na gut. Dann reiten wir da nochmal hoch. Dann kann ich wieder rüberhüpfen. Und da hoch. Das haut mich nicht vom Maul, bitte. Ach, Leute. Ältesten Stiefel. Das Transmog-Entordnung habe ich auch noch nicht wieder drauf. Ich weiß gar nicht, wie... Kann sein, dass ich hier Sachen verkaufe. Was ich schon verkauft habe, die ein paar tausend Gold wert sind. Sollte ich vielleicht doch mal updaten. So, hier dürfte es gleich hochgehen. Ja. Da muss ich glaube ich weiter hoch. Ist die Höhle schon? Nein. Genau da muss ich hin. Zu dem Altar da, glaube ich. Hier in die Höhle rein. Dann gehe ich mal eben verkaufen. Damit auch weiter gelootet werden kann. Erstmal reparieren. Und dann verkaufen wir den ganzen Schund. Beim Anlegen gebunden behalte ich mal. Ja, Mana-Trank wird man eh nicht los. Schildkröten nachkommen. Das verkaufe ich auch. Dann haben wir wieder Platz. Vier von acht. So, acht von acht. Ich muss jetzt da irgendwie hoch. Habe ich da hochgesprungen? Das könnte klappen. Ja. Hat geklappt. Schöne Abkürzung. Super. Zurückreisen. Sollte ich beim längsten. Da trommeln die Trolle schon wieder. Sollte ich jetzt irgendwie hier runterkommen. Da hinten ist der Ausgang. Ich bin doch hier irgendwo rein. Da. Hier bin ich reingekommen. Können wir da beim Wasserfall vielleicht runter? Weiter einfach mal hin. Das könnte schneller gehen. Nee. Bist. Das war ein Umweg. Ich muss näher heran. Oh, Glück gehabt. Richtig viel Glück gehabt. Habe ich was zu fressen dabei? Ach komm, nehmen wir den Halt ran. Oh, der bringt nicht viel. Ja, wenn es da nicht auf dem Hotkey liegt, dann dauert es zu lange, bis man es angeklickt hat. Jagd die Bewahrerin. Haben wir gemacht. Schulterstücke gibt es dafür. Ja, der Marsch geht euch durch den Kopf. Ah, ich habe schon wieder geleckt. Verstehe ich nicht ganz, warum das geleckt. Mit euch. Maraudon, nächster Teil. Der Fährtenleser. Jagdhütte. Ah, man muss jetzt wieder rückwärts reisen. Nun gut. Wir machen uns auf den Weg zur Jagdhütte. Schon 21 Gold. Westlichen kann man auch schon beginnen. 34. Aber ich bin auch schon fast 35. Ist das nicht mehr weit? . Diese weiten Wege immer Was ist denn aus, das Schulterstück? Boah, nicht schlecht Nicht schlecht Ja, Maschen Naja, die sehen nicht so hübsch aus Der Stock, ja Das Stilmband, da gibt es so viele von Ich reise sie einfach mal quer durch Zur Jägerhütte Ich glaube, da sehe ich sie schon, dieses Lila, ne? Das Dach davon Ach, einfach durch den Wolf durch So Das ist aber auch schon bei Traska Verteidigung von... Oh, Eindringen der Todesbürcher Und den Hochzahlaufzeichnungsbericht Das ging schnell Oh, die halten mal gar nichts aus Ich bin außerhalb Ich bin außerhalb Ich muss nur gehen Das ist zu weit Nimm dies Was ist denn mit dem... Da oben muss ich hin für die Aufzeichnung Er rennt weg Na, lass ihn weglaufen Ich bin außer Reichweite Da muss ich da rein, wahrscheinlich Wie gut, dass ich hüpfen kann Was brauche ich hier denn? Die Aufgabe ist abgeschlossen Aber die Aufzeichnung Wir sollen ja hier irgendwo liegen Wo? Ah, da Dann da rüber Sag nicht, die sind da drin Da drüben ist der letzte Teil Dann können wir da wieder rüber Die Sache abgeben 2000er Mottenstrike Jawoll Und das mit 34 So Hast du die Aufzeichnung? Wie, das war's? Wer war das nicht? Ist wieder ruhig Mal kurz zum Lager Aber ich glaube Was war's hier schon? Ne, da gibt's noch eine Quest Komisch, dass er mich da nicht hingeführt hat Die Gilda Was geht euch durch den Kopf? Eiertanz Erschadra-Boot Okay Königin des Giftes Das ist da drüben Dann machen wir die doch noch Doch 35 Doch 35 Auch mensch Nach vorn ist es schon Es ging schnell Ah, hier sind schon diese Eier Eins Und drei So, das ist das letzte Ei, was wir brauchen Dann brauche ich noch da vorn Hier Das Auge klauen Schnell zurückbringen Hier rüber springen, ja Dann Untertitelung des ZDF, 2020 Wie geht's? Eier-Tanz zuerst abgeben? Habt ihr die Eier? Jawoll Okay, verstreut die mal Hunger-Diät Fangzahn brauchst du als nächstes Oh, das ist schon wieder so weit weg Ich glaub westliche kann ich schon fast wieder auslassen 35 bis 40 Ich weiß nicht, wie viele Quests das hier jetzt noch waren Ich weiß nicht, wie viele Quests die Eier? Da sind wir schon da. Chardra Brut. Wir brauchen den Fangzahn und wir müssen die eingesponnenen Opfer befreien. Zwei. Schon in Fangzahn. Ich bin außer Reichweite. Von sechs. Von sechs. Und sechs von sechs. Und zurück. Ich bin außer Reichweite. Noch ein Ziel. Ich bin außer Reichweite. Wenn ich jetzt so knapp eine Stunde brauche mit der Account Ausrüstung. Wir gehen mitten durch die Eulen durch. Wir gehen mitten durch die Eulen durch. Und wieder bei Gilda abgeben. Hallo. Die Hungerdiet. Die Hungerdiet. Fangzahn haben wir auch. Quests im Hinterland. Okay, noch eine Aufgabe. Die Bewahrerin töten. Wir müssen den Panzer an uns nehmen. Und den Panzer an uns nehmen. Da ist sie. Okay, das machen wir doch. Quests im Hinterland. Quests im Hinterland. 30 Stück. Okay. Dann ist das jetzt wohl die letzte. Weil ich dachte hier wären auch noch welche. Ich weiß, wenn das auf Hordenseite war. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr so... Warumos Stuttgart? Der Ehrenwindsee. Hier sind schon Trolle. Die muss ich nicht unbedingt töten. Kann ich aus dem Weg gehen? Muss da hoch zum Altar. Da oben drauf. So, die Hülle? Das war schon. Dann auch zurück. Besser abgeben. Was haben wir denn bekommen? Schulterstücke? Oh, die sehen nicht so prall aus. Die Hose geht auch so. Zurück zur Jagdhütte? Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Geist. Und die letzte Quest jetzt im Hinterland war das glaube ich Abgeben. Da bekommen wir den Großhammer des Hinterlandes. Mal angucken, wie das so ein schöner Schnitzelkopf war. Schön euch zu sehen. Habt ihn. Ja, wir haben ihn. Das war alles. Wir sind bereit. Doch nicht. Jetzt haben wir noch den Tempel. Es geht immer noch weiter. Dann auf zur Forschungsstation. Was ist das denn für ein Wagen hier? Was haben die denn vor? Level 40. Ah, das ist ein Außenposten von Verlassenen. Ich fühle mal wieder nichts Gutes im Schilde. Wo gehts denn hier rein? Ah, hier. Ne. Ne. Ist dran vorbeigelaufen. Genau die andere Richtung. Genau da hinten. Da muss ich rein. So, dahin. Dem Tempel. Ah, ich kanns hier gleich abgeben. Das ist ein Ritual von Shadra. Ja. Am nordwestlichen Tempel durchgeführt. Dann gehen wir gleich rüber. Joa Ma 번째. Damn, in ihre duch stake. Ich kanns hier die歡迎. 완 Onehit. So, ich weiß. Das ist schräg, der hoping. Da und mein mir nur ein neues Tremel. Oh, der flieht schon von allein Hier stehen auch drei Trommeln rum Aufgabe abgeschlossen Steht schon der Zwerg bereit Mal gucken, was der uns noch als Aufgabe gibt Der Aufklärer Lasst uns beginnen Die Königin des Giftes Wenn wir töten, okay Was für eine Belohnung kommen wir da Schönen Kopf Helm des Nistgipfels Aber du hast nicht so schlecht Das ging schnell Jetzt sind wir zurück zum Gipfel Gifte Nistgipfel Musst mal zurück Die Quest abgeben Einmal quer hier durch Wenn ihr durch die Forschungsstation Solltet ihr vielleicht nicht durchrennen Ist jetzt nicht so die kluge Idee Solltet ihr euch Da hinten zum großen Greifen Da mich nervt der Lärm, ich nehme an das Reittier Schildkröte ist schon viel angenehmer Untertitelung des ZDF, 2020 Und da sind wir schon im Hort Vom Nistgipfel Greifmeister Krallenaxt Shadra, Königin des Giftes Ja, ich wünsche auch, falls der das mit erlebt Haben wir gleich zur Vorlagensammlung hinzugefügt Und damit ist das Hinterland abgeschlossen